Aber die strukturieren hier mehr und deswegen... Gut, ich würde dann die XP-Farm mal gleich beginn zu bauen. Das Schöne ist, Pumi hat gerade mehrere Stacks Redstone weggeworfen, die wir für die XP-Farm hätten brauchen können. Ich werde ihn dafür auf jeden Fall zur Strecke ziehen. Warte, Redstone? Pumi hat gerade mehrere Stacks, hat vorhin zwei Stacks Redstone. Sag mir bitte, dass wir wenigstens genug Redstone haben. Sag mir bitte, dass wir wenigstens genug Redstone haben.